Willkommen bei dieser Hypnose zum Abnehmen. Mit dieser Hypnose kannst du positive Denkmuster in deinem Schlaf verankern, die dir dabei helfen, gesünder zu leben und langfristig an Gewicht zu verlieren. Du musst nicht bis zum Ende dieser Hypnose wach bleiben. Wenn du bereit bist zu schlafen, kannst du dich von den Worten lösen und einschlafen. Selbst während dem Schlaf nimmt dein Unterbewusstsein die positiven Suggestionen für dich auf. Wiederhole diese Hypnose für das beste Ergebnis in regelmäßigen Abständen. Höre sie im Idealfall für mindestens 14 Tage. Ich wünsche dir eine gute Erholung und einen tollen Schlaf. Und falls noch nicht geschehen, würden wir uns sehr über ein Abo hier auf Mentalreisen freuen. Begib dich nun in eine gemütliche Position. Atme ein paar Mal ein und aus. Nimm wahr, wie deine Schultern mit dem Ausatmen sinken. Wie die Muskeln mit dem Ausatmen ein kleines Stück gelöster werden. Wenn du bereit bist, kannst du deine Augen schließen. Nimm dann die Entspannung in deinen Augenlidern wahr. Die Gelöstheit und Wärme. Das schöne Gefühl, einfach locker zu lassen, loszulassen und die Dinge an die Entspannung abzugeben. Mit jedem Ausatmen singst du zweimal tiefer. Atme die Luft ein. Und sobald die Luft hinausfließt, singst du immer weiter in den Schlaf. Mit jedem Ausatmen lassen deine Muskeln locker. Du singst auch immer tiefer in eine Gelöstheit hinein. Spüre ganz bewusst, wie die Luft hinausfließt. Und sobald du dies wahrnimmst, singst du tiefer. Mit jedem Mal werden deine Muskeln angenehm schwer. Sie lassen voll und ganz locker. Und auch du singst immer weiter in die Entspannung. Mit jedem meiner Worte singst du immer tiefer in dich hinein. Du lässt dich in diese schöne Wärme fallen. Mit einer wundervollen Schwere, wie in einem Sog, der dich nach unten zieht. Du kannst nun ganz in die Wärme und Ruhe gleiten. Lass dich fallen. Lass dich fallen. Lass dich treiben. Tief und entspannt. Alles, was du erledigen musst, liegt hinter dir. Du bist nun so entspannt, dass sich die Augen unglaublich schwer anfühlen. Als wären deine Augenlider aus schweren Bleigewichten. So angenehm schwer und träge jetzt. Und wenn du die Entspannung hältst, gleitest du immer weiter in diesen tollen Zustand. Ganz in deinem Tempo. Genau so weit, wie du kannst und magst. Mit jedem Atemzug werden die Augenlider schwerer und schwerer. So wundervoll träge, dass es zu anstrengend wird, sie jetzt noch zu öffnen. Immer schwerer und schwerer. Immer wohliger. Immer wärmer. immer gelöster und tiefer. Auch deine Muskeln sind nun angenehm schwer und warm. Fühl einmal. Sind deine Augenlider oder die Arme entspannter? Fühlt sich dein rechter Arm oder dein linkes Bein schwerer an? Ist dein rechtes Bein oder deine linke Hand wärmer? Und während du probierst, diesen Zustand zu erfüllen, merkst du gar nicht, wie eine Wärme in deinen ganzen Körper strömt. Es ist eine wundervolle Schwere, die sich erst über deine Arme, dann in deine Beine und bis in deine Füße legt. Das Bewegen deiner Muskeln wird unglaublich anstrengend. Gib deinem Körper seine wohlverdiente Entspannung. Lass dich treiben. Mit jeder Sekunde wird dein Körper so viel schwerer. Immer wärmer. Dein ganzer Körper ist träge und wohlig warm. Es ist ein angenehmer Zustand. Mit jedem Atemzug wird dein Körper schwerer und wärmer. Je schwerer deine Muskeln werden, desto wärmer werden sie. Und je wärmer sich deine Muskeln anfühlen, desto schwerer werden sie. Es ist wie ein Sog, der dich immer stärker und wohliger in die Entspannung sinken lässt. Du darfst dich gehen lassen. Alles, was getan ist, ist getan. Jetzt ist die Zeit zum Entspannen. Du darfst dich wohl und sicher fühlen. Lass dich in diese Schwere gleiten. Mit einem Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Das ganz automatisch kommt. Auch geistig darfst du dich von deinen Gedanken lösen. Komme an. Nimm wahr, wie sich deine Muskeln immer mehr lockern und sich dein Rücken in angenehmer Weise streckt. Erlaube dir, immer tiefer in die Entspannung zu gleiten. Mit jedem Atemzug sinkst du immer tiefer und tiefer. Und lässt einfach alles los. Nun stelle dir vor, dass ein golden leuchtender Punkt von deinen Zehenspitzen bis zu deinen Knöcheln wandert. Dort, wo er sich befindet, wärmt er dich. Er wandert weiter zu deinen Unterschenkeln und Oberschenkeln. Sanft, ganz sanft beruhigt er jede Zelle deines Körpers und füllt sie mit neuer Energie. Weiter gleitet dein Lichtpunkt von deinen Oberschenkeln über deine Hüfte und zu deinem Bauch. Behutsam strömt die Kraft nun weiter in deinen Brustraum und füllt dich immer weiter aus. Doch sie strömt noch weiter in deine Arme und zum Nacken. Fühle, wie er sich immer mehr lockert und weicher wird. Nimm seine angenehme Wärme wahr und die beruhigende Wirkung des goldenen Lichts. Gleite mit dem Strom in deinen Kopf. Lass den Stress des Tages davontragen und spüre, wie deine Nervenbahnen immer mehr zur Ruhe kommen. Atme weiter, ganz sanft ein und aus und fühle dich selbst. Nimm die Wärme und die liebevolle Energie wahr, die sanft in deinem ganzen Körper zirkuliert und pulsiert. Der energetische Strom fließt weiter bis zu deiner Schädeldecke. Alle deine Gesichtszüge werden immer weicher und lösen sich. Lass dich einfach fallen und genieße es zu sein. Öffne dich für die Entspannung und die Ruhe, die du hier genießen darfst. Gleite nun mit deiner Fantasie immer tiefer in die Trance und folge meinen Worten. Völlig behütet und voller Leichtigkeit darfst du einfach sein. Es ist wie ein sanfter Nebel, der deinen Körper umhüllt. Wohlig, warm und geborgen. Er erlaubt dir, noch tiefer und entspannter zu sinken. Er umhüllt dich wie in einem Schutzschild. Nur du und der sanfte Nebel. Auch deine Gedanken ziehen in dem Nebel an dir vorbei. Deine Gedanken verschwimmen und ziehen sich zurück. Du bist umhüllt und beschützt. Sanft und warm wird dein Körper umhüllt. Der Nebel lässt deine Beine, deine Arme, deine Füße und Hände lösen. Immer lockerer und wärmer wird dein ganzer Körper. Fühl einmal. Ist dein linkes oder dein rechtes Bein entspannter? Ist dein linker Arm oder dein rechter Arm entspannter? Fokussiere dich auf den entspannteren Teil. Spüre nun, wie auch der Rest deines Körpers in dem warmen Nebel gelöster wird. Ganz von selbst. Du bist immer mehr von Wärme umhüllt. Es ist eine warme Kraft der Energie. Sie löst deine Muskeln und auch Verspannungen. Du fühlst dich wie auf einer weichen Wolke. Sanft getragen von der Wärme und Schwere. Entspanne. Lasse los. Du kannst nun zweimal tiefer in die Entspannung sinken. Meine Worte tragen dich immer weiter in die Trance. Gib alles ab. Du darfst dich treiben lassen. Ausruhen. Entspannen. So warm und schwer. So wohlig tief entspannt. Gib diese starke, wohlige Entspannung voll und ganz an deinen ganzen Körper ab. Dein Körper weiß ganz genau, wann er sich gut geborgen und sicher fühlt. Wann er sich entspannt fühlt. Wohlig weich fühlen sich deine Lungen mit frischer Atemluft. Und beim Ausatmen ist dein Körper jegliche Anspannung vom Tag heraus. Lass sie gehen. Ganz und gar an dir vorbeiziehen. Ich zähle nun von der Zahl 3 bis 0. Mit jeder Zahl darfst du doppelt so tief in die Entspannung sinken. Mit jeder Zahl werden deine Muskeln zweimal schwerer. Dein Körper wird zweimal wärmer und auch dein Geist kann zweimal mehr entspannen. Dein Körper wird zweimal schwer. Dein Körper wird zweimal schwerer. Die Entlastung wird zweimal schwerer. Doppelt so tief und entspannt. 1. Immer weiter und weiter. Immer langsamer und entspannter. Null. Ein letztes Mal sinkst du zweimal tiefer. Noch schwerer und wärmer. Vollkommen gelöst. Tief und entspannt. Stell dir nun vor, Du befindest dich auf einem Spaziergang durch die Stadt. Mit dem Unterschied, dass du dich drei Jahre in der Zukunft befindest. Die Sonne scheint und du schlenderst gemütlich durch die Gassen. Du hast Zeit. Du bist entspannt und genießt das rege Treiben deiner Mitmenschen. Du siehst Frauen, Männer und Kinder in leichter Sommerkleidung. Du hörst ihrem Reden zu. Dunkle Stimmen. Helle Stimmen. Ihre Gestik und Mimik. Nimm all diese Eindrücke auf. Weiter auf deinem Weg kommst du an einem orientalischen Restaurant vorbei. Es riecht nach Gewürzen. Danach folgt eine französische Bäckerei. Es duftet herrlich. Seh die farbenfrohen Fassaden. Auslagen. Tische und Dekorationen. Überall wird in kleinen Buden Obst und Gemüse angeboten. Die Händler stehen in ihren Buden und bieten ihre Ware feil. Überall ist ein reges Treiben zu sehen. Die Atmosphäre ist angefüllt mit Heiterkeit und Frohsinn. An der Ecke eines Obststandes kannst du ein Gesicht erkennen. Es ist eine Person, die du seit drei Jahren nicht mehr gesehen hast. Du gehst zu ihr hin und tippst ihr behutsam auf die Schulter. Sie wendet sich dir zu und lächelt. Ihr umarmt euch freudig. Das Gefühl der Vertrautheit breitet sich in dir aus. Gemeinsam geht ihr in die französische Bäckerei. Die Auslage ist groß und es duftet wunderbar. Ihr setzt euch an einen kleinen Tisch, um euch auszutauschen. Vertrauensvoll lächelt ihr euch an. Dein Freund sieht dich bemerkenswert an. Er fragt dich nach deinem Werdegang der letzten Jahre und bewundert deine äußerliche Veränderung. Er stellt verschiedene Fragen über dein Gewicht. Wie viel Gewicht hast du verloren? Was hast du getan, um so viel abzunehmen? Wie sieht deine Ernährung aus? Stell dir in Ruhe die Antworten der Fragen vor. Male dir nun deinen Körper in drei Jahren aus. Lass deine Fantasie hinsichtlich der Verwirklichung fließen. Stell dir vor, du stehst vor einem Spiegel, der nun in einem Zeitraffer drei Jahre rückwärts läuft. 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 1 Jahr Lass dir Zeit Gedanken kommen und gehen. Lass die Vorstellung fließen. Es kann sein, dass Bilder, Gefühle, Symbole erscheinen. Lass sie vorbeiziehen. Sieh deinen perfekten Werdegang zu deinem Wunschgewicht hin. Nimm das Ergebnis dieser stetigen Veränderung wahr. Sieh, wie kleine Schritte zu etwas Großem geführt haben. Realisiere auch, wie dein jetziges Gewicht Lust auf deine Transformation macht. Alles ist möglich. Rufe dir nochmal das Bild des Tisches vor Augen und deinen Freund, der dir begeistert gegenüber sitzt. Erfasse ihn vor deinem inneren Auge und fühle diese vertraute Gemeinsamkeit. Die Freude, deinen Freund wiedergesehen zu haben. Ihr verabschiedet euch voneinander und jeder geht seiner Wege. Du schlinderst wieder die Straßen und Gassen entlang. Genießt die angenehme Atmosphäre der Umgebung. Die Sonne begleitet dich auf deinem Weg. Menschen gleiten an dir vorbei. Es ist ein Kommen und Gehen. Das Kapitel von Übergewicht ist nun vorüber. Denn du erlaubst dir, neue Wege zu finden, wie du stetig gesünder und besser lebst. Dabei machst du dir bewusst, wie ausgewogene Ernährung und Bewegung der Schlüssel zu deinem neuen Ich sind. Du findest neue Wege, die positiven Denkmuster in deinem Alltag zu integrieren. Du öffnest deine innere Tür und nutzt die neue Erkenntnis, die tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert sind, um selbstbestimmter zu leben. Deine vor Augen geführten Ziele wirst du souverän erreichen. Dein Verstand verinnerlicht nun folgende Affirmationen mit tiefer Leichtigkeit. Nach deinem tiefen Schlaf wirst du voll im Hier und Jetzt sein. In wenigen Stunden stehst du energiereich auf und deine Muskeln werden voll und ganz bereit sein. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tagtäglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe immer Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. die Möglichkeit, die Er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich liebe es, mich zu bewegen Ich fühle mich wohl in meinem Körper Tagtäglich verspüre ich den Drang nach Bewegung Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport Ich bin im Frieden mit meinem Körper Ich fühle mich jeden Tag gesünder Ich lebe einen aktiven Lebensstil Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver Es fällt mir immer leichter abzunehmen Mein Fortschritt bestärkt mich Ich lebe im Einklang mit meinem Körper Ich tue meinem Körper Gutes Ich bin dankbar für mein Abnehmen Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper Ich bin schlank Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt Ich liebe es, mich zu bewegen Ich fühle mich wohl in meinem Körper Tagtäglich spüre ich den Drang nach Bewegung Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport Ich bin im Frieden mit meinem Körper Ich bin im Frieden mit meinem Körper Ich fühle mich jeden Tag gesünder Ich lebe einen aktiven Lebensstil Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver Es fällt mir immer leichter abzunehmen Mein Fortschritt bestärkt mich Ich lebe im Einklang mit meinem Körper Ich lebe im Einklang mit meinem Körper Ich tue meinem Körper Gutes Ich bin dankbar für mein Abnehmen Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt Ich liebe es, mich zu bewegen Ich fühle mich wohl in meinem Körper Tagtäglich spüre ich den Drang nach Bewegung Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport Ich bin im Frieden mit meinem Körper Ich bin im Frieden mit meinem Körper Ich fühle mich jeden Tag gesünder Ich lebe einen aktiven Lebensstil Es fällt mir leicht, sich von dem Ungesunden zu trennen Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver Es fällt mir immer leichter abzunehmen Mein Fortschritt bestärkt mich Ich lebe im Einklang mit meinem Körper Ich tue meinem Körper Gutes Ich bin dankbar für mein Abnehmen Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper Ich bin schlank Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt Ich liebe es, mich zu bewegen Ich fühle mich wohl in meinem Körper Tagtäglich spüre ich den Drang nach Bewegung Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport Ich bin im Frieden mit meinem Körper Ich bin im Frieden mit meinem Körper Ich lebe einen aktiven Lebensstil Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver Es fällt mir immer leichter abzunehmen Mein Fortschritt bestärkt mich Ich lebe im Einklang mit meinem Körper Ich tue meinem Körper Gutes Ich bin dankbar für mein Abnehmen Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper Ich bin schlank Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt Ich liebe es, mich zu bewegen Ich fühle mich wohl in meinem Körper Tagtäglich spüre ich den Drang nach Bewegung Wenn ich Kalorien verbrenne Ich fühle mich wohl in meinem Körper Ich fühle mich glücklich Ich fühle mich glücklich Ich fühle mich glücklich Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich tue meinem Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tagtäglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, dich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich tue meinem Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, sich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tagtäglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich drehe mich wohl in meinem Körper. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich tue meinem Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich fühle mich über Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tagtäglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich tue meinem Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich tue meinem Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper. Ich lebe im Einklang mit meinem Körper Gutes. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, macht mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt bestärkt mich. Mein Fortschritt bestärkt mich. Ich bin dankbar für mein Abnehmen. Ich fühle mich gut in meinem gesunden Körper. Ich bin schlank. Ich schenke meinem Körper die Achtsamkeit, die er verdient. Ich nehme gesundes und frisches Essen zu mir. Ich fühle mich jeden Tag schneller gesättigt. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Tag täglich spüre ich den Drang nach Bewegung. Wenn ich Kalorien verbrenne, machte mich das glücklich. Ich manifestiere mein Ziel, schlank zu werden. Je gesünder ich lebe, desto besser fühle ich mich. Ich mache regelmäßig und auf gesunde Art und Weise Sport. Ich bin im Frieden mit meinem Körper. Ich fühle mich jeden Tag gesünder. Ich lebe einen aktiven Lebensstil. Es fällt mir leicht, mich von dem Ungesunden zu trennen. Ich erreiche mein Wunschgewicht mit Leichtigkeit. Mein Stoffwechsel wird von Tag zu Tag aktiver. Es fällt mir immer leichter abzunehmen. Mein Fortschritt verstärkt mich. Mein Fortschritt verstärkt mich. Ich bin dankbar für mein Abliegen. 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 Ich gebe euch an Ihre soberanzigen Woche. Amen. 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 Vielen Dank fürs Anschauen. Hier und hier kannst du mehr Videos finden, die dir vielleicht gefallen könnten. Und hier kannst du den Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen.